Wir kommen zum heutigen Special und ich dachte mir, was wäre besser, als eine kleine Diskussionsgruppe dazu zu führen über zukünftige Spiele. Dazu habe ich mir ein paar Gäste geholt und ich möchte einmal den Jack vorstellen, der uns immer mit freundlichen Tipps unterstützt. Jack, stell dir mal kurz vor. Hallo! Jack, was ist denn los mit dir? Wieso? Naja, du klingst ein bisschen jung und hier werden ja meistens nur 16 plus Spiele gespielt. Ah, das ist schon okay. Wieso? Ich bin ein U. Hm, hast du dir das selber zugefügt? Ja! Warum? Hat's cool. Hm, gut. Kommen wir zu unserem nächsten Gast. Sie ist seit Jahren Pro-Gamerin, hat viele Sachen gerissen und ja, sagen wir es mal so, sie hat ihre eigene starke Meinung über Spiele. Hallo Linda, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Danke dir nochmal, Ork. Dafür gibt's nachher nochmal einen Schmatzer. Ähm, nein, danke. Aber Linda, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ich bin schön. Okay. Ich seh gut aus. Und sonst noch? Ich hab eine liebliche Stimme. Findest du das? Ja. Gut, ich finde sie nämlich auch sehr lieblich. Könntest prima in einem Musical mitmachen. Danke. Okay, Jack. Ähm, was wollen wir denn heute machen? Der ist schon wieder dran. Ja, Linda, er ist schon wieder dran. Wir werden jetzt erstmal Jack kurz fragen, Linda. Ja, lässt du das kurz zu? Ja, okay. Aber nur, wenn ich einen Schmatzer kriege. Vielleicht später, mit Augen zu und Tüte. Oh, ein Steckspiel. Toll. So, also, Jack. Ja? Was möchtest du denn demnächst spielen? Hm, Alien. Alien? Ja, Isolution. Hm, ist das gut? Das ist fett. Fett? Erzähl mal ein bisschen. Ja, du bist so ein Mädchen. Nicht so ein Mannsweib wie Linda. Was soll das heißen? Nix. Gut. Erzähl weiter. Ja, und du musst unbewaffnet von Alien abhauen. Und voll toll und geil. Was soll daran toll sein? Du bist unbewaffnet. Du brauchst große Granate und eine Waffe. Mehr geht doch nicht. Ähm, ich würde jetzt aber auch sagen, Jack, das hat ein bisschen Nachteile, wenn du nicht bewaffnet bist und musst gegen einen Alien kämpfen. Ja, aber als Pro-Gamer kannst du das alles schon hinkriegen. Ja, stimmt eigentlich. Was meinst du dazu, Linda? Ah, Scheißspiel. Ballern, 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 sag ich nur. Ich warte auf jeden Fall bis November. Call of Duty Advanced Warfare. Das wird mega geil. Okay, warum? Du kannst dich jetzt als halben Roboter verwandeln. Glaube ich nicht. Du verwechselst das wohl mit Titanfall? Nein, du hast ein Exoskelett. Und, ja, das ist toll. Du kannst dich upgraden. Du kannst dir sogar, so wie ich es gesehen habe, künstliche Titten anbauen, um den Gegner jetzt noch mehr abzulenken. Okay. Und du kannst so einen Ball werfen und so welche Noobs, wie diesen Jack da drüben, einfach mal ein Ziel zu 100 Granate hinterher zu werfen. Echt? So einen Scheiß gibt es? Ja, voll geil. Tja, da haben wir ja wohl einige Projekte, die wir spielen werden, oder? Ja, ich freue mich schon drauf. Aber ich habe viel zu tun. Vielleicht wird es nur ein paar Multiplayer-Games geben, um mal zu zeigen, wo hier der Hammer hängt. Auf Frauenseite, du weißt schon. Brauchen, Herr Weiß, du wissen, wo der Hammer hängt? Nein, Loco. Und wenn du noch so weitermachst, zeige ich dir, das ist ein Ödelholz. Okay. Wie du meinst. Jack, also, du wirst auf jeden Fall jetzt Alien spielen. Ab wann? Den werde ich auf jeden Fall, hm, ja, sobald es kommt. Ich würde mal sagen, Donnerstag, Freitag, im Oktober, 6. bis 9. so dazwischen. Hm, yeah. Hm, was werde ich damit nicht spielen? Wir haben jetzt ja Metro, wir haben Mass Effect, ein bisschen Slendern getestet. Und Slender wollen ja anscheinend doch ein paar sehen, und das werden wir auch mit dem heutigen Special auch hochladen. Und, ja, ich weiß gar nicht. Was könnte man dann sonst noch machen? Ähm, ich hätte eine Idee. Was denn? Du hast doch eine Playstation 4. Ja, habe ich. Warum? Ähm, wie wäre es, wenn du, ähm, mal ein paar deiner Arcade-Games zeigst? Woher weißt du das, dass ich die habe? Ich stalke. Ah, gut zu wissen. Wie war nochmal dein Account? Äh, Jack Stalker. Danke. Wo ist meine Bannliste? Perfekt. So. Hey, das hast du dir schön eingebracht. Okay, ich sehe schon, das wird mit euch beiden nichts. Vielleicht sollte ich euch beim nächsten Mal nicht einladen. Wieso? Ich will küsse. Ja, und ich möchte, dass du ein Mundwasser benutzt. Habe ich das schon. Nimm mal ein stärkeres. Okay. Hm, ja, Leute, und ich würde mal sagen, damit haben wir doch entschieden, was wir denn nicht spielen werden. Hm, wir werden Alien-Isolution spielen, damit wollen wir uns mal wieder richtig schön das Höschen zukacken. Ähm, ich werde Slenderman parallel hochlaufen lassen, das ich für euch schon vorproduziert habe. Da werden wir leider nicht mehr viel dran ändern können, weil ich mal gucken wollte, ob Leute das haben möchten. Sie wollten es haben. Ähm, Metro ist gut dabei. Und Mass Effect, wie ihr seht, wird ja noch einiges dauern. Also, wir haben noch genug Spiele auf meinem Kanal, den wir haben, um nicht ganz auf Ebbe zu laufen. Na, wusstest du schon wieder nicht, was du sagen sollst? Ja, da hast du wohl verkackt, Horker. Ja, aber ihr beiden Nullpen seid auch nicht besser. Hey, du weißt schon, dass du die ganze Zeit mit dir selber redest. Ja, das weiß ich. Gut. Also, Leute, ich wünsche euch was Gutes, habt einen schönen Oktober, macht was Sinnvolles und ich freue mich, wenn ihr weiter diesen Channel schaut. Also, haut rein. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020